Es ist mal wieder Schurkenalarm, ein Held ist nicht genug, gegen die Schurken werden die Kräfte aller Helden benötigt, um die Unholde zu besiegen oder so, stand da gerade. Und damit geht's weiter aus der Welt von Hero Zero Server 12. In der Zone Jollywood ist ein Schurke da, einen habe ich heute leider schon verpasst, angeblich in... Welcher Zone? In der letzten oder so? Der war... Oder Australien? Yokio, irgendwie so. Der hatte nur 15 Millionen XP... Äh, XP. Jo, wahrscheinlich hatte der Erfahrungspunkte, nein, der hatte 15 Millionen Lebenspunkte und war angeblich nach 20 Minuten tot. Und das waren genau diese 20 Minuten, wo ich offline gegangen bin. Ich fand's so lustig, weil im Chat hat mir jemand geschrieben, oh, Daniel ist mal offline, der ist normalerweise nie offline. Und genau in dem Moment, als ich zurückkomme, klingelt das Telefon, bring, bring, Schurke down. Jo, hab ich mich gefreut. Naja, schade, was soll's. Das wären 10 nette Angriffe gewesen, bisschen Bonustraining, bisschen Bonusenergie. Deshalb, umso motivierter jetzt hier bei diesem Angriff am Start. Die Stats gehen klar, die gehen auf jeden Fall klar, mal schauen, was sich sonst noch so tut. Vielleicht gibt der Laden ja heute mal bessere Wurfwaffen her. Jo, plus 12er Popcorn, endlich! Zwar mit Butter, das mag ich nicht so. Laktose fängt bei der Toleranz, nein, bei der, wie geht dieser Spruch? Toleranz fängt bei Laktose an, genau, verdammt, den hab ich episch versaut, egal. Ist das ein Condi-Gadget? 800 und 8, Moment, was ist hier mein Gadget? Ich kann das nicht identifizieren, das sind Schuhe, das ist mein Gadget. Jo, gönnt man sich mal ein bisschen besseres Condi-Item, denn ich war heute noch nicht in der Liga. Wurde bestimmt abgefarmt im Condi, aber macht ja nichts. So, was ist das hier, eine Maske? Eine Maske, eine Maske, die man sich definitiv auch gönnen kann. Also, her damit, so. Dann mal kurz schauen, warum ist hier ein Rufzeichen? Was willst du von mir, was willst du von mir? 100 Mal die Vertreter vertreten, ich hoffe, ich hab sie getreten. Mensch, vor allem der Name, Mensch, ärgere dich nicht. Das passt gerade so perfekt, wie die Faust aufs Auge. Plus 58, das sind mal die epischsten Wurfwaffen ever aus den Heldentaten. Das ist ja richtig heftig. Jetzt kommt mein Popcorn gar nicht zum Einsatz. Das find ich aber schade. Na egal, da kann man wohl nichts machen. Mein Slimer steht kurz vor Level 10, ist ein bisschen nervig, den hochzuleveln. Aber was muss, das muss. Apfelmus. Ich habe leider meine Batterien heute schon ein bisschen verbraten, denn ich dachte, nach diesem einen Schurken wird hier wohl nicht direkt noch einer kommen. Aber, falsch gedacht, 6 Stunden danach, direkt der nächste. Was tut sich hier? Oh, da hab ich einiges abgeschlossen. Sehr schön, Erfahrung. Und ein Fähigkeitspunkt. Yay, Frostkristalle gefunden. Och, verdammt, heute muss ich Liga-Kämpfe bestreiten. Das mach ich doch glatt. Genau an dem Tag, wo ich mal keine Liga mache. Aus Zeitgründen. Genau da kommt natürlich diese Heldentat. Hi, 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 ihr seid mir ja gemeine Kerle. Da mit diesen Wurfwaffen kann ich mir mal einen ordentlichen Kampf gönnen. Bisschen Action hier. Action und Spannung. Vor allem noch kurz, geh es killt. Bevor der Gegner wird gekillt, der Bibosch. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich hab halbwegs eine Chance. Der hat einen Teamkampfbegleiter wegen hochgepäppelt. Das heißt, ich hab einen kleinen Vorsprung. Aber wenn der mit 8% ausweicht, ah, ging. Sehr schön, das ging gerade nochmal gut. 22 Liga-Punkte. Das ist fein. Minus 2, plus 2k, plus 4 für 4. Und Minus. Machen wir heute mal eine spannende Runde. Wieder ein relativ knapper Kampf. Schauen wir mal. Oh, der hat gute Fähigkeiten. Der hat sogar sehr gute Fähigkeiten. Ach, ach, das war so knapp. Aber egal, wir machen heute mal die Spannung pur. Captain America, der Jacobi. Und okay, hier kann es nicht spannend werden. Egal gegen wen. Deshalb die etwas schwächeren Wurfwaffen gegönnt. Und den Captain zu dem America angegriffen. Äh, 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 Amerika angegriffen. Dann 3000. Ja, okay, das sind wieder ein bisschen leichtere Gegner. Man muss bedenken, ich zocke. Ich wollte gerade sagen, man muss bedenken, ich zocke nicht mit den besten Wurfwaffen. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Warum immer mit den Wurfwaffen? Das gibt's ja wohl nicht. Die hatten nur 5, 58 Stats weniger oder so. Hm, das ist schade. Aber egal, ich muss noch einen Angriff, nein, zwei Angriffe muss ich noch hinlegen. Denn die Heldentat besagt nicht, dass ich gewinnen muss, sondern ich muss einfach nur kämpfen. Und von daher, was ist denn da jetzt los? Da kann ich ja die Wurfwaffen sogar rausnehmen. Und da nehme ich mir dich zur Brust. Du nackiger Mann. Angegriffen ohne Begleiter, ohne irgendwas. Vielleicht hast du aufgehört. Hoffen wir mal nicht. Und 21, da gönne ich mir wieder Wurfwaffen. Und zwar Popcorn. Ich bewerfe dich mit Popcorn. Ist ja wie im Kino hier. Und auf geht's. Immerhin den Kampf gewonnen, auch wenn es richtig knapp war. Ich brauche mehr Kraft. Vielleicht liegt es daran. Egal, auf jeden Fall. Solange ich Champion bleibe, passt das. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und jetzt sollte diese Heldentat, dieser Heldennotruf erledigt sein. Genau. Sauber. 1700 XP extra bekommen. Die Duelle muss ich noch machen. Aber Duelle finde ich nicht so spannend, weil... Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so auf Ehre aus. Das passt schon. Training ist leider abgeschlossen. Ich hoffe, ich bekomme noch vier Bonus-Trainings-Einheiten. Dann kann ich Grips hoch pushen heute. Das wäre schön. Was sagt denn so das Wochenturnier zum Beispiel? Oder Level 270? Rang 20, das passt. Wochenturnier besagt. Deep Impact? Nö, das bin nicht ich. Wo bin ich hier? 15. Verdammt, wenn ich den ersten Schurken heute mitbekommen hätte. Dann wäre Top 10 drin. Aber jetzt lasse ich es einfach. Ich kann sowieso nichts dran ändern. Ich zocke einfach alles, was ich zocke. Und mehr gibt es nicht. Das wird ärgerlich sein. Ich werde so wahrscheinlich Rang 15 bleiben. Aber was soll's. So kurz vor Top 10 ist schade. Ich möchte trotzdem alles, was es an Energie gibt, Bonus-Energie und so, jetzt noch wegspielen. Wegen dem Update am Dienstag und so. Wenn's denn am Dienstag kommt, ich weiß es nicht. Ich bin kein Hellseher. Aber an irgendeinem Dienstag wird irgendein Update kommen, welches wahrscheinlich den Team-Booster ein bisschen abschwächen wird. Den Zeitersparnis-Team-Booster. 15 Millionen, 16 Angriffe von mir. Das sind schon mal ein paar Bonus-Dinge so am Start. Dann würde ich sagen, noch ganz kurz, das wollte ich auch machen. Condi, Condi, Condi und Condi. Schnell anziehen. Hier, der Slimer ist Level 9. Ich habe noch einen Sondereinsatz. Zwei sogar jetzt. Sehr schön. Einen hatte ich gestern, den wollte ich mir aufheben. noch für, ja, für ein Video oder so, dass ich mich da eventuell neu einkleiden kann. Und jetzt passt es ganz gut mit dem Level-Up, denn die Missionen sind nicht mehr die besten. Und da würde mir so ein Level-Up gar nicht schlecht tun. Der Schurke sollte nochmal so 6.000, 7.000, 8.000 Erfahrungspunkte extra geben. Das passt dann. Das war ein gutes Timing. Muss ich sagen. Jo. Aber echt schade, das ärgert mich wegen diesem einen Schurken. Mann, da ist man so aktiv. So aktiv und schaut. Achtet darauf, dass immer alles drin ist. So von einem Tag. Dann ist man 20 Minuten offline. Und genau, es ist so heftig. Denn um 12 Uhr war natürlich wie immer ein Teamkampf. Ich habe mich umgezogen und dachte mir, jo, jetzt gönnt man sich mal eine Pause. Und genau um 12 Uhr kam das verdammte Ding. Und um 12 Uhr 20, wo ich wusste, der Teamkampf ist wahrscheinlich wieder zu Ende. Komme ich zurück und im Teamchat so, Schurke gerade da und fahren kurzer. Genau in die... Egal. Vergessen wir das? Ist ja nicht so schlimm. Aber Schurken machen mir so viel Spaß. Ich nehme auch immer gerne auf, wenn ein Schurke da ist. Und aus diesem Grund finde ich es ärgerlich. Ansonsten hätte ich schon vorher den Schurken im Video aufnehmen können. So, was gab es denn da? Gab es da was Feines? Minus 50. Plus 7. Ähm. Ah, das Teil hat Condi. Das lacht mich nicht so sehr an. Das Teil hat auch Condi. Warum habt ihr alle Condi und zwar so viel? Das gibt es ja wohl nicht. Kann man dich eventuell umspülen? Kann ich dich... Moment. Mach weg da. Mach weg da. Ich will das gar nicht sehen jetzt. Da ist ein Angriff. Natürlich. Da muss man sich beeilen. So. Wie konnte man dich umspülen? Dich konnte man zu einem Condi-Item spülen. Sehr schön. Das freut mich natürlich. Wenn ich da noch mehr Condi rausholen kann. Dann egal. Mal nur darauf achten, ob hier ein Only-Condi-Item dabei ist. Nö. Obwohl Plus... Ach. Hatte das nicht vorhin... Sorry, das war mein Handy. PewDiePie, jetzt hör mal auf in der Aufnahme reinzurufen. Hatte das Teil nicht vorhin Plus 7? Bin ich gerade verwirrt? Hatte das... Ist das vielleicht ein Rundungsfehler? Oder war das... Ach, das Teil hatte Plus 7. Ich kann es mir ja noch aufheben. Und dann spüle ich morgen erneut. Vielleicht passt es ja dann. Eigentlich Plus 7. Ja, kann man sich aufheben. Warum denn nicht? Ich habe ja eine Bank und so zur Not. Das hebe ich mir mal auf. Morgen wird gespült. Oder ich rüste einfach um, wenn ich einen anderen Begleiter bekomme oder habe oder so. Aber allgemein finde ich, dass ich zu viel Kondition habe und zu wenig Kraft. Das hat man ja gesehen auch. In den Liga-Kämpfen direkt 1-2 verloren. Obwohl ich immer Plus 400 Stats oder so hatte. Genau. Das ist mal diese Sache. Dann... Verdammt, ich habe vorhin nicht in die Post geschaut. Ich hoffe, da muss nicht aufgeräumt werden. Ja, passt. 300 Anfragen. Sauber freut mich, dass ihr so aktiv seid. Und jetzt noch schnell eine Post, bevor der Angriff startet und es dann in die heiße Phase übergeht. Chantal schreibt was Unwichtiges. Yo, Schilling. Klammer auf 1, Klammer zu. Ich wollte einfach mal Hallo sagen und zwar Hello from the other side. Und dich bitten, meinen Namen. Chantal mit Autotune vorzulesen. Chantal. Chantal. XO, XO, XO. Gossip Girl. Wowera schreibt Hi. Schau mal meinen Helden an und meinen Begleiter an. Mach ich doch mal Slimer. Levelhunter in real. Chantal nennt er sich. Und ist ein stetig schleimiger Tropfen hochgepäppelt und von der Schippe springen. Das nenne ich doch mal einen netten Teamkampfbegleiter. So. Jetzt ist aber wieder hier der Schmutzfink dran. 11 Millionen. Da ist noch einer drin. Einen verkürze ich jetzt noch flott. Einen Free Angriff. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Quest vorhin nicht übersprungen. Aber egal. Ich habe ja auch Donuts. Jetzt kommt vielleicht noch so ein Werbespot rein. Den gönne ich mir aber später dann. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob sich noch ein kostenloser ausgeht. Die Magic Nudel schreibt Schurke. Okay. Der Magic Mika war der Erste. Sind gerade wenige Leute online? 17 Uhr, also online. Oder niemand möchte mir schreiben. Niemand schreibt. Okay. Macht ja nichts. Der Skill Boss. Du warst doch erst. Oder dann der Alex184. Irgendein Alex kommt mir auch bekannt vor. Hallo, ich bin toll. Wollte fragen, ob ich in deine FL darf. Natürlich, wenn du toll bist und wenn du es von dir behauptest. Und mit FL meine ich fl. Dann Tiger Girl. Bitte nicht im Video. Okay. Dann kommt das nicht ins Video. Hallo, liebe Spieletrends. Schreibt der DeLeon. 10, 93. Hallo, lieber Spieletrends. Ich weiß, das passt hier nicht in Hero Zero. Aber habe bei SF keinen Account auf S14. Ich wollte dich fragen, ob du wieder vorhast, irgendwie ein Tagebuch bei SF zu machen. Ja, bei einem neuen Server. Könnte ich mir das vorstellen. Eventuell nicht W9. Aber schauen wir mal. PS. I like your filmies. Du bist deiner besten YouTuber. Dankeschön, Leon. Könnte ich in deine Freundesliste, wenn noch Platz ist. Ey, ernsthaft. Haben die das Maximum entfernt? Die war doch immer voll und ich habe schon so viele Leute. Ist es gut, wenn ich um die 200 bis 300 Kraft habe und 650 bis 900 Condi. Int und Krips mit Level 60. Doch, das sieht gut aus. Mal schauen, was sein Schleimer hat. Oh, der ist sehr gut für Teamkämpfe, wenn du Trophäen hast. Der sieht gut aus. Instant. Genauso wie er ist. Auch von den Attributen her. Da hast du echt Glück gehabt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Noch wenige Sekunden. T-5. Bis zur Detonation. Ich rate, 10 Millionen hat er. Mal schauen. Mal schauen. Ah, 9,5. War knapp dran. 20 Angriffe. Jo, das passt. Da muss ich auch gar nichts mit Donuts machen. Ach, das ist der Wow. Genau, mit Donuts muss ich da gar nichts machen. Denn 20 Angriffe ist schon in Ordnung. 30 wären zwar noch besser, aber... Der Rewox schreibt, Hallo Spiele-Trend, ich gucke dich schon eine Weile und finde deine Videos richtig. Ich würde gerne in deine FL kommen, wäre nice. Liebe Grüße. Ein Donut. Ich habe ihn gefunden. Halleluja. Was wolltest du? FL? Feindesliste? Da ist kein Platz mehr, deshalb Freundesliste. Der Hammer 2 schreibt, Eistüte mit Doppelpunkt und D. Leben ist Schmerz. Das waren die weisen Worte des heutigen Tages. Woods zockt. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Danke. Ich wünsche dir auch noch ein geiles Leben. Icy Shadows. Hi. Hallo Spiele-Trend. Dankeschön. Sauber. Nein, Quatsch. Hallo Spiele-Trend. Ich gucke deine Videos schon seit Ewigkeiten und durch dich habe ich wieder angefangen, Hero Zero zu spielen. Ums, Shakes und Fidget. Und ich wollte einfach mal Danke sagen für jedes Video, das du Tag für Tag raushaust. Dankeschön. Kein Problem. Ich bedanke mich, dass ihr so fleißig und aktiv schaut, mir Post schickt und so weiter und so fort. Von 9,5 Millionen auf 7,8. Und 7,5. Ey, ist nicht so schlecht. Wenn ich dann am Ende auch noch so gut raten könnte, wäre das fein. So, jetzt ganz kurz. Das ist eine heftige Uhrzeit. Nein, ich glaube, es geht sich kein zwei Minuten Angriff. Ich kann es. Ich weiß es nicht. Es ist nämlich, ich habe mal so nachgeschaut. Hier. Online, 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 online. Okay, das ist das Wochenturnier. Das sagt nichts aus. Aber Level. Da sind so viele online, vor allem von den Highline. Hier, alles. Zwölf Leute, elf sind on. Zwölf Leute und elf sind on. Oder nach Ehre. Okay, da sind ein paar offline, aber trotzdem. Ich glaube, das wird heftig. Deshalb schnell den Spot ansehen. So, 6 Millionen. Okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen überschätzt. Aber man weiß es nicht. Diese 6 Millionen, die können sehr schnell zu Ende gehen. Sind 750 Mal den Schurken angegriffen. Zehn Trainingsanheiten. Dankeschön. 750 Mal. Und davon sind die meisten echt free to play. Ich habe noch nicht so viel übersprungen auf diesem Server. Das heißt, das ist schon acceptable. Genau, 5,6. Jetzt geht es nämlich los. Da würde ich sagen, dann ballere ich auch mal ein bisschen so einen immer zwischendurch. Nur, dass ich sofort aktualisiert und live sehe, was sich da gerade so tut. Aber man will es ja mal wieder versuchen. Am Ende vielleicht den Siegestreffen und so. Und diesmal. Ich muss umrüsten. Ich muss umrüsten. Ich will den Slimer leveln. Ich darf nicht vergessen. 4,9. Ich greife an. 4,5. 4,8. Okay, jetzt seid ihr langsam. Was ist denn los jetzt? Ich glaube, das ist so die Phase, wo dann jeder aufhört anzugreifen. Und wo alle nur drauf warten, bis andere Leute angreifen, dass die Lebenspunkte runtergehen. Dann. So. Bis zu 30 Energie. Blablablub. 2 Tage gültig. Jo. Wissen wir doch alles schon. Dankeschön. Mach mal lieber eine Aktualisierung hier. Okay, da hätte ich locker noch einen Angriff gepackt. Aber kann man ja im Vorhinein nie wissen. Das kann man nie wissen. Badabadam. Badabam. Okay. Äh. Jetzt geht es, glaube ich, schon langsam ab. Es aktualisiert sich auch nur sehr langsam. 3,5. 3,3. 3,3. Ich will den neuen Stand der Dinge wissen. Zeig mir mal. Mach mal. Aktualisierung und so. 3. 3,3,3. Jetzt geht es Flotti Karotti. Mhm. 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 Sehr schade. Einer wäre noch drin gewesen. Egal. Ich mach mal ein bisschen so. Schauen wir mal. 2,8. 25 Angriffe. Platz 51. Das ist echt mies. Aber ich hab den auch leider nicht direkt gesehen, als er kam. Heute hab ich es nicht so mit den Schurken irgendwie. Hab ich da ein bisschen Pech. Aber was soll's. Da kann man ja nichts machen. 1,9. 23.000 Schaden von mir. Das ist ganz fein. Muss man sagen. 1,8. Jetzt geht er gleich down. 1,5. Yo. Jetzt geht's los. Jetzt wollen alle noch Top 10. Oh nein. Ich bin nur noch Top 11. Schnell nochmal 20 Donuts raushauen. Nein. Ich bin Top 9. Und ja. Ich bin Top nicht mehr. Hast du nicht gesehen. Die MG ist geladen. Die Donutkanone. 900k. 1,5. 900k. 900k. 3,2. Und zu früh. Yo. Es will nicht werden. Ich war mal besser. Das gibt's nicht. 200k ist schlecht. Oder 180 oder 280. Das ist nicht gut. Und jetzt schnell den Slimer nehmen. Dass ich immerhin irgendwas richtig gemacht habe hier. Mann. Und da klingelt das Telefon. 76 Angriffe. Nur Glückwunsch. Kyfi. Aus Montag. Das ist schön. Das freut mich. Und Glückwunsch auch an CC Queen. Zum Siegestreffer. Wie sieht's hier aus? Minus 2. Ja. Kann man nichts machen. 25 Energie. 7 Trainingseinheiten. 9000 XP. Und 70k Münzen. Das war der Schmutzfink. Und der Slimer hat ein Level abgepackt. Jetzt einlösen natürlich. Training ebenso einlösen natürlich. Da wird heute noch fleißigst was getan. Da werden die Handeln gehoben. Und die KFCs verschlungen. Keine Ahnung. Und genau. Schade. Warum? Warum hat das Minus 2? Das gibt's ja wohl nicht. Und eine Sache mache ich jetzt noch ganz schnell. Auch wenn das Video schon ein bisschen länger geht. Das ist mir egal. Und zwar. Alpha. Alpha Alpha. Und hier noch zwei schnelle Angriffe. Sodass ich den Sound höre, der mein Ohr begeistert. Und der nächste. Und jetzt. Achtung. Oh yeah. 271. Das ist doch mal schön. So kann's weitergehen. Wo ist die 0? Die 0 mit der Stufe 19. Sauber. Sehr gut. Gute Arbeit Alpha. Du machst das sehr toll. Yo. Dann war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich für's Zusehen. Und würde sagen, es geht einfach nicht. Ich spiele es mal weiter. Oh, ich spiele es mal. Oh. Die 0 mit der Stufe 19. Ich spiele es mal wieder. Also, ich spiele es mal wieder. Ich spiele es mal wieder.